So, meine Damen und Herren, ich bin gerade von meinen Eltern wiedergekommen und es gibt eine sehr schlechte Nachricht und eine gute Nachricht, die schlechte Nachricht ist leider, wir bekommen keine 50k Leitung bis im Dezember, das bedeutet es gibt nächste Woche keinen super geilen Livestream mit 10k Leitung, sondern es gibt überhaupt keinen Livestream für die Woche. Die gute Nachricht dafür ist, ich habe genug Zeit zum Schneiden und das gefällt mir richtig gut, denn ich kann da viel mehr Projekte machen, beziehungsweise auch das Video von Belantis diese Woche besser schneiden und ordentlich schneiden und offensichtlich schneiden und hoffentlich sehr gut schneiden. Das soll jetzt nur ein kleines Infovideo werden, dass es eben nächste Woche keinen Livestream gibt und trotzdem gute Videos werden, ich werde die Zeit trotzdem nutzen, um ein paar Videos aufzunehmen und natürlich auch gut zu schneiden, dauert natürlich 3,5 Jahre, da ich die hochgeladen habe, aber Leute, die Zeit haben wir schon mal und ich habe fast eine ganze Woche alleine, also könnte ich 5 Tage komplett durch hochladen, also wenn mein PC es schafft. In dem Fall wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Woche, natürlich auch viel, viel Spaß auf meinem wunderschönen Kanal und schreibt mir mal Projekte unten rein, die ihr gesehen wollt, ob es Lego ist, ob es News sind oder ob es Touren sind oder sonstiges, schreibt mir das einfach unten mal rein und ich gucke mal, ob ich diese Touren oder Sachen machen kann. Dann bis zum nächsten Mal, sag der Menzi, ciao, ciao.